Hallo, mein Name ist Stefan Pfeffer und ich bin Studiendekan im Master Human Factors. Human Factors, das ist eine Disziplin, bei der der Mensch in den Mittelpunkt technischer Entwicklungen gestellt wird. Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die von Menschen einfach und sicher zu bedienen sind. Das Besondere und auch das Spannende an der Human Factors Disziplin und auch an unserem Studiengang ist die Interdisziplinarität. Human Factors ExpertInnen müssen sich nicht nur gut mit der Technik auskennen, sondern auch mit den Menschen und entsprechend Gestaltungsvorschläge für die Mensch-Technik-Interaktion entwerfen können. Deshalb ist auch unser Studienangebot ein bunter Blumenstrauß an Fächern aus der Psychologie, der Technik, der Informationsverarbeitung und des Designs. Das alles kommt dann zusammen in zahlreichen Projekten, die Sie während des Studiums bearbeiten. Im Speziellen wäre da das Human Factors Projekt zu nennen, bei dem jedes Jahr aufs Neue die Studierenden wahnsinnig tolle Ergebnisse abliefern. Von Eye-Tracking-Studien in Traktor-Cockpits über Gestaltung von Musikinstrumenten für Menschen mit Behinderung bis hin zu Virtual Reality-Studien, um Fußgängerverhalten zu untersuchen. Der Master Human Factors ist aufgebaut in drei Semestern, wobei die beiden ersten Semester Pflicht- und Lehrveranstaltungen beinhalten und im dritten Semester die Masterarbeit absolviert wird. Im Pflichtbereich begegnen Ihnen dann beispielsweise die Module Human Factors Design und Forschungsmethoden. Im Human Factors Design lernen Sie, wie menschzentriert Produkte entstehen. Und in den Forschungsmethoden wird Ihnen gezeigt, wie Sie wissenschaftliche Studien aufbauen, durchführen und auswerten, um die Mensch-Technik-Interaktion zu untersuchen. Im Wahlbereich führt Sie dann das sogenannte Schwerpunktmodul zum Beispiel in die Welt der Medizintechnik oder in den Automotive-Sektor. Über diese freie Wahlmöglichkeit, die Sie im Studium haben, können Sie Ihrem Master Human Factors nochmal einen ganz besonderen Stempel aufdrücken und dadurch auch Ihr Profil für eine ganz bestimmte Branche oder eine ganz bestimmte Technologie schärfen. Wenn Sie Lust haben, mit den Menschen von heute die Technik von morgen zu gestalten, dann ist der Master Human Factors genau das Richtige für Sie. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen.